So sehen sie aus. Heute Vormittag schon mal hier die Jungs zum Schwitzen gebracht. Und ihr wollt auch die Mädels zunächst wieder zum Schwitzen bringen, ne? Nämlich bei einem Casting. Wer darf alles mitmachen? Und vor allem wann ist das? Also wir suchen neue, tanzbegeisterte Mädels für unser Casting am 1. Oktober ab 13 Uhr in Rödelheim. Jeder, der gerne tanzt und Spaß hat in so einer tollen Truppe mitzutanzen, viele bunte Dinge zu erleben. Ab 13 Uhr. Gute Figur ist Voraussetzung, würde ich jetzt mal vermuten. Wer Lust hat, einfach melden. Mehr Infos natürlich auch auf der Homepage. Und wer die Mädels gleich wieder live sehen will. Sie sind direkt morgen wieder in Frankfurt am Main, ne? Bei einem Charity-Event direkt am Main. Wo kann man euch da sehen? Morgen ist der sogenannte Race for the Cure. Das ist ein Charity-Run zur Unterstützung von Brustkrebs für die Forschung. Wir machen das komplette Warm-up mit über 1000 Läufern. Wir begleiten das ganze Event vom Anfang bis zum Ende. Wir begrüßen auch die Leute, die dann im Ziel ankommen und machen einfach das bunte Rahmenprogramm. Das ist Frankfurt. Der Start ist in Sachsenhausen am Ruhlbeinsteg. Sehr gut. Ich werde da sein. Jetzt sitzt ihr erstmal bei uns hier auf der Probares-Bühne. Die Cheerleader von Frankfurt Universe. Ein bisschen der Frankfurt-Warte-Lieder nimmt da hinten. Eine Change-D committing ein. Wir sind gerade übersichtlich. Bis zum nächsten Mal, bist du eher auf der Touristen. Auf deraelelerioux. RPHIT-Warte-Ges OA-R-H Momente. 15.000 Jours. Alls bleiben hier auch nuestros 8W sowie Teach Stunden. Dann gehen wir in 2 Corporation aus. theres ein bisschen anderer Belausg falling weiter aus. Du bist einfach,ارist deine хлopst-Bühne. Super? ! Telefonanzugugug这 Bern букв um Körper ist ill. Phase 4 Wir Hause bei uns ab Einzelte Wälder Einzelte Wälder All around the world put your hands up Just put your hands up Einzelte Wälder Einzelte Wälder Einzelte Wälder Einzelte Wälder Einzelte Wälder Einzelte Wälder